Im Mashpit bieten wir eben auch wirklich sehr schöne Zutaten an. Alles was das Brauerherz begehrt, Malz, Hopfen, Hefe, ist für jeden was dabei. Außerdem haben wir natürlich einen Webshop. Da kann jeder Zutaten kaufen. Wir versenden deutschlandweit. Ansonsten ist die Abholung hier bei uns im Mashpit möglich und wir haben wirklich ein sehr schönes, umfangreiches Sortiment und sollte für jedes Brauerherz etwas dabei sein. Unser Tuck Room hat sechs Hähne, wo wir zu jeder Zeit frisches Bier anbieten können, hauptsächlich von uns, aber wir haben auch immer ein, zwei Gästbiere am Hahn. Sollte eigentlich auch für jeden was dabei sein. Eine schöne Auswahl, vorsichtig kuratiert von Pils, Pale Ale, IPA, you name it. Natürlich haben wir auch Flaschenbiere von anderen Brauereien, die wir gut finden. Also alles für das Bierliebhaberherz mit dabei. Wir bieten auch Tastings an. Sechs bis acht verschiedene Biere. Man kann dadurch wirklich seinen Bierhorizont erweitern. Man lernt alles kennen über verschiedene Bierstile, verschiedene Wege zu vergären, zu fermentieren. Eine sehr interessante Sache, gerade für Anfänger sehr zu empfehlen. Wir bieten auch Gutscheine an. Mash Money nennen wir sie. Gibt es in jeden Werten. Zehn Euro, zwanzig Euro, eine Million. Einlösbar natürlich gegen Zutaten, Bier, Brauchhose, Brauchslots, eigentlich alles. Wir bieten in Mash Pit auch Team-Events an. Für 40 bis 50, manchmal sogar 60 Leute. Und da der Umfang ist ganz unterschiedlich. Brauchhose, kleinere Tastings, eigentlich alles was das Herz begehrt. Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern, Team-Bonding, alles ist dabei. Neubau. Spann Erik Abonniert Anzahl Anzahl Abonniert Vielen Dank.